Chilt eure Basis, Alpha Chief ist wieder am Start und willkommen hier zu einem langen, 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 langen ist es her Video hier auf meinem Kanal. Ja, in der Tat, ich weiß, es ist lange her, dass ich ein Video hier auf YouTube gepostet habe, hochgeladen habe und das, ja, hat natürlich Gründe. Und heute in diesem Video, jetzt hier im neuen Jahr, möchte ich einfach nur kurzum eigentlich nur mitteilen, ich bin wieder am Start und, ja, es kann wie gewohnt weitergehen. Doch kurzum, ich will mich wirklich nur kurz halten, weil alles andere habe ich in einem Stream schon erzählt, warum ich offline war die ganze Zeit, aber hier einfach nur in Kurzform. Leute da draußen, ich habe unbedingt Zeit gebraucht, um zu gucken, wie die Schose hier weitergeht, weil es ist halt wichtig, entweder Familie, Hobby oder mal gucken, dass wir es beides auf die Kette kriegen. So, kurzum, halt, das hat uns ein bisschen gestört in der Beziehung, jetzt gerade letzter Zeit, es kam auch alles auf, halt mit Stiegervaters Tod etc. pp. Also, es ist noch ein bisschen Action, aber sagen wir es mal so, ich will mein Hobby hier weitermachen, meine Frau sagt, okay, mach ruhig. Das wird aber anders ablaufen als wie gewohnt, normalerweise habe ich mehr oder weniger versucht, wie gewohnt immer Content zu bringen und da das so ein bisschen schlecht gelaufen ist, halt wie gesagt auch das mit Family und alles, haben wir uns jetzt für einen guten Ende geeinigt, ich haue Videos raus, wenn es, ja, zeitlich da ist, der Zeitpunkt da ist, wenn ich Zeit dafür habe und einfach alles stimmt. Das heißt, Streams und Videos werden ab jetzt immer spontan laufen, das heißt, ich werde jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen versuchen, Videos rauszuhauen oder Streams zu machen, so wie in der Vergangenheit. Nö, ich werde es einfach aus einer guten Mitte raus, spontan einfach raushauen, ja. Ist ein bisschen schwierig alles, aber irgendwie wird das hoffentlich klappen, weil wir wollen ja alle zufrieden sein mit dem, was wir machen, was wir haben. Ja, wie gesagt, kurzum, das ist alles in allem der Grund, ansonsten, wenn ihr euch das reinziehen wollt, schaut auch einfach mein Twitch-Video an, da habe ich auch irgendwie so beschrieben, keine Ahnung, wie es weitergeht mit Alpha Chief etc., warum ich auch offline war. In einer längeren Form, wer sich das reinziehen möchte, kann sich das reinziehen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin wieder am Start, das heißt also, ich werde wieder Halo-Content bringen, ich werde mal gucken, vielleicht meine Halo-Infinance-Kampagne weitermachen oder ich werde das mit Bolle irgendwann starten, wenn hoffentlich Koop freigeschaltet ist. Die Frage ist nur, wann ist Koop freigeschaltet? Wenn ihr es wisst, gerne in den Kommentaren, ansonsten, je nachdem, wenn es wirklich ultra lange dauert, dann würde ich das einfach raushauen, wie ich es habe. Auch wenn die Kampagne von Halo-Unfinance schon jetzt abgefrühstückt ist, wäre eigentlich auch wahrscheinlich schon längst von mir abgefrühstückt, aber egal. Auf jeden Fall, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Stream technisch, wie gesagt, alles spontan. Ja, und das wäre es erstmal an der Stelle. Sehen wir uns einfach ganz normal wieder in einem neuen Video, wie gesagt, das ist erstmal Info an euch und ich würde sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, ich würde sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.